Die Entscheidung, ob das EU-Vermögensregister kommt oder nicht, steht jetzt kurz bevor. Was das für dramatische Konsequenzen für uns alle haben wird, darüber spreche ich mal im Video. Moin zusammen, ich bin Olli, für kritischen Content, bis genau richtig, lasse jetzt gerne ein Abo da. Und über dieses Thema habe ich schon zahlreiche Videos in meinem Kanal hier veröffentlicht. Und es ist wirklich ganz dramatisch, was hier wieder mal passiert und vor unser aller Augen. Es kann niemand behaupten, ach, was ist das denn jetzt? Ne, das habe ich nicht mitbekommen. Wisst ihr, seit über zwei Jahren bin ich bei diesem Thema wirklich ganz tief drin und habe alles mitverfolgt und mitbekommen. Und jetzt wird das Ganze sogar konkreter. Die Wirtschaftswoche berichtet darüber. Zitat, Entscheidung über EU-Vermögensregister steht bevor. Kampf gegen Geldwäsche. So wird das Ganze natürlich wieder mal hier, ja, ich sag mal, angekündigt, dass man doch damit was Gutes machen möchte. Leute, wenn man sich überlegt, dass, und jetzt haltet euch mal bei diesem geringen, in Anführungsstrichen, Betrag fest, es geht um Vermögenswerte oder Vermögensgegenstände mit einem Wert von mehr als 200.000 Euro. Und klar, ist das verdammt viel Geld, hätte ich auch gerne, gar keine Frage. Aber wenn man jetzt beispielsweise ein Haus geerbt hat, ein Haus sicher erarbeitet hat oder auch andere Vermögenswerte hat, die 200.000 Euro überschreiten, dann ist das relativ einfach bei einer Immobilie mal zu haben. Es gibt zahlreiche Immobilien, die haben mal schnell eine Million oder mehr. Das heißt, man ist sehr, sehr schnell in dieser Erfassung des Vermögensregisters mit solchen Vermögensgegenständen direkt mit drin. Dass wir nun jetzt hier über dieses kranke Thema wirklich sprechen müssen, beängstigt mich persönlich wirklich sehr. Denn es kann doch nicht sein, es geht dem Staat absolut nichts an. Und würde man wirklich hier gegen Geldwäsche oder Ähnliches vorgehen, dann wäre dieser Betrag nicht nur bei 200.000 Euro, sondern in ganz anderen Beträgen, wo Kriminalität in dieser Größenordnung herrscht. Von mir aus für eine Million, zwei Millionen oder sonst was, wo wirklich Drogendealer und ganz schlimme Menschen, ganz schlimme Taten hintergehen und Ähnliches. Kunstraub, Diebstahl und was weiß ich, Drogen und so weiter, hatte ich gerade genannt. Das sind so ein paar Beispiele, die mir hier einfallen. Aber nein, es geht auf eine nur 200.000 Euro Grenze. Und wie gesagt, mit einer Immobilie, da brauchst du ja nur eine Eigentumswohnung geerbt zu haben oder dir gekauft haben. Haben ja auch viele Leute gemacht nach dem Studium, zack, direkt, waren schlau, haben sich eine Immobilie gekauft, haben gut angelegt, gut gewirtschaftet, vielleicht auch vermietet als Cashflow und nebenbei das Ganze gemacht und so finanziert und jetzt auch abbezahlt und zack, dann ist so eine Wohnung mal auch in einer schlechten B-Lage und teilweise in einer C-Lage, je nachdem, wo man in Deutschland guckt. Bei uns gerade hier so alles um Köln, Bonn, Düsseldorf, rundherum ist halt wirklich, da findest du keine Wohnung unter 200.000 Euro und wenn, dann ist das so in einem Zimmer 20 Quadrat. Das kauft ja keiner. Gut, gibt es auch einen Markt für, aber egal. Wir schweifen ab. Und was ich damit sagen möchte, man ist so schnell da drin, dass man da auf dem Schirm steht und dementsprechend betrifft das uns alle. Definitiv. Und egal was, es geht auch um Kryptowährung. Immobilien hatte ich ja gerade angesprochen, Kunstwerke beispielsweise, die auch sehr gerne vererbt werden, Gold natürlich ebenfalls, genauso wie auch andere Edelmetalle, wenn sie in diesem Bereich vorhanden sind und das Ganze natürlich irgendwo registriert bekannt ist und alles. Und das ist so ein Weg in die definitiv falsche Richtung. Es geht dem Staat wirklich absolut gar nichts an, was man an Vermögenswerten besitzt. Aber das Ganze heißt hier, das Thema bewegt schon länger die Gemüter. Nun wird es allmählich konkret. Die Einführung eines EU-weiten Vermögensregisters könnte kurz bevorstehen. Eine Gruppe externer Dienstleister prüft im Auftrag der EU-Kommission, ob ein solches Verzeichnis rechtlich und logistisch machbar wäre. Die Ergebnisse der Studie würden bald veröffentlicht, teilt eine Sprecherin der EU-Kommission auf Anfrage der Wirtschaftswoche mit, heißt es hier. Ja, und wenn es das schon heißt, dann, ich gehe davon aus, natürlich wird das rechtlich bewertet. Das ist in Ordnung und alles drum und dran, natürlich. Der gläserne Bürger wird hier komplett vorgeführt. Anders kann man es wirklich nicht mehr sich vorstellen. Und weiterer Punkt ist noch interessant. Schon seit 2021 verfolgt Brüssel die Idee, Vermögenswerte und ihre Besitzer zentral zu erfassen. Politiker wollen dann damit Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung besser bekämpfen. Auslöser waren die Probleme, Vermögenssanktionierter russischer Oligarchen in der EU aufzuspüren und einzufrieren und so weiter. Und man hat ja gesehen, das hat ja im Endeffekt nicht so viel gebracht, um es mal ganz salopp auszudrücken. Und das sind doch Kandidaten, die kriegst du doch nicht darüber. Natürlich ärgert den einen oder anderen das, wenn dann seine Autos konfizierte sind oder alles. Die haben so viele Milliarden, die kriegst du doch nicht darüber. Das ist doch Schwachsinn. Das glaube ich wirklich nicht. Das sind nur vorgeschobene Gründe. Es geht hier um viel, viel mehr. Und wir wissen ja auch um das Gesetz, mir ist der Name gerade entfallen, super ellenlanger Satz, Bezeichnung von Christian Lindner quasi, wenn man Geld ins Ausland schafft und ähnliches. Da geht es ja schon ab 100.000 Euro los. Wisst ihr, Leute? Das sind ja schon Beträge, die sind so gering geworden. Und wer sagt denn, dass dieser Betrag 200.000 Euro, hier 100.000 Euro, nicht runter sukzessive gesetzt wird über die nächsten Jahre hinweg, weil man dann sagt, ja, wir könnten ja auch noch die kleinen Fische schnappen. Dann heißt es auf einmal 100.000, 50.000, ja gut, gehen wir auch auf 10.000. Und dann heißt es, ja gut, wir machen ein gänzliches Vermögensregister für alles und jeden. Und jeden ist auch das richtige Stichwort. Wird denn dieses Vermögensregister auch für Politiker kommen, so dass wir Bürger vielleicht auch öffentlich einsehen können, welche Politiker wie viel Geld haben? Es gibt ja so diverse Politiker, die auch gerne Immobilien, Spekulationen machen und andere Geschäfte tätigen, wo man sich fragt, wie kann der sich das denn leisten? Natürlich verdienen die, sorry, die bekommen monatlich sehr viel Geld, wenn sie im Bundestag beispielsweise sitzen, 10.000 Euro, mittlerweile ja 11.400 irgendwie so ein Betrag. Dann noch Steuerfahre, Aufbandspauschale und alles drum und dran. Aber haben teilweise, wo man weiß, Immobilien gekauft, wo man sagt, wie kann denn das sein? Was haben die denn gemacht, dass die noch mehr Geld zur Verfügung hatten, um sich dies zu bemächtigen? Das geht definitiv in eine ganz, ganz falsche Richtung, was hier gerade wieder mal passiert. Das Ganze läuft jetzt hier. Die Anti-Geldwäschebehörde, AMLA, Anti-Money Laundering Authority, soll mit weitreichenden Befugnissen ausgestattet werden. Sie wird in Frankfurt angesiedelt und soll bald einsatzbereit sein. Und natürlich, wir bezahlen das. Richtig. Wir bezahlen auch noch, dass wir selber überwacht werden. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Dann geht es hier weiter. Die ALMA darf und soll diese Daten, die nämlich in einer Datenbank erfasst werden, alles drum und dran, sollen dann nämlich diese Daten anderen Behörden innerhalb des Systems auf vertraulicher Basis zur Verfügung stellen, wenn es einen Anlass dafür gibt. Das ist alles. Und wir wissen doch mittlerweile, was passiert, dass teilweise auch ohne richterliche Beschlüsse und Ähnliches, genauso wie dieses neue Gesetz, was vom Finanzministerium ausgekommen ist, dass dafür kein richterlicher Beschluss, sondern ein Verdacht bestehen muss, nicht mehr ein Beschluss festgelegt werden muss oder Ähnliches. Das sind halt Entwicklungen, die sind wirklich sehr, sehr beängstigend, wie ich persönlich finde. Interessant in dem Artikel, hier heißt es, die Bundesregierung etwa zeigte sich vor zwei Jahren skeptisch. Man sehe ein europäisches Vermögensregister, Zitat, mit Blick auf die offenen Fragen zur Machbarkeit und zur Gewährleistung des Datenschutzes zum gegenwärtigen Zeitpunkt kritisch. Heißt es damals auf einer Anfrage von der AfD-Bundestagsfraktion. Nochmal, AfD, wieder mal, man kennt das, ja. Die EU-Kommission gibt sich wohl auch deshalb zurückhaltend, was ihre nächsten Schritte betrifft. Es gebe keine Verpflichtung, auf Grundlage einer Forschungsstudie tätig zu werden, heißt es hier. Ja, das kann natürlich jetzt positiv interpretiert werden, so nach dem Motto, okay, wenn da jetzt rauskommt, man kann das machen, dass man es dann doch nicht machen muss. Es kann aber auch heißen, wenn in der Studie rauskommt, man sollte es auf keinen Fall machen, weil das 1984 pur ist, dass es auf der anderen Seite bedeutet, nö. Wir machen es trotzdem. Das ist wirklich irre. Aber dieser Wirtschaftswoche-Artikel ist halt wirklich auch frech, denn der spricht zwei Leute an, die wir hier im Kanal auch kennen. Einmal Dominik Kettner von Kettner Edelmetalle, beziehungsweise seine Firma, und Dr. Markus Prall, denn ausgemachte Sache in der EU ist das EU-Vermögensregister also noch nicht. Auch was es umfassen würde, steht bislang nicht fest. Kritiker hält das nicht davon ab, Ängste zu schüren und mitunter daran zu verdienen. Der Goldhändler Kettner Edelmetalle etwa warnt im Zusammenhang mit den Plänen für ein Vermögensregister vor einer Enteignung der Bürger. Als Ausweg wird genannt Gold. Jo. Dr. Markus Prall, und Sie nennen noch nicht mal sein Doktortl, man kennt das ja mittlerweile, ehemaliger Geschäftsführer des Goldhändlers Degusa warnt in einem YouTube-Video, das EU-Vermögensregister sei Grund genug für die Schweiz, nicht in die EU einzugehen. Soll wohl heißen, wer sich vor den europäischen Behörden nicht nackig machen will, kann immer noch zu den Eidgenossen flüchten. Und ja, liebe Autorin, Frau Groth hier an dieser Stelle, das ist absolut berechtigt. Diese Kritik von eben beiden, beziehungsweise die Vorgehensweise, sehe ich hier definitiv als sinnvoll an. Man muss sich doch mal überlegen, was passieren kann. Der Datenschutz, nehmen wir an, der würde jetzt auch wirklich gegeben sein und das heißt, jo, ist alles in Ordnung, da wird nichts mit passieren, 100% sicher. Wir haben doch zahlreiche Fälle schon gesehen in der Historie Deutschlands und bei verschiedenen Tätern, dass die Straftaten bekannt geworden sind, dass Ermittlungen bekannt geworden sind, weil irgendjemand in der Behörde das Ganze gelegt hat, ob der bezahlt wurde oder nicht, oder einfach Spaß daran hatte, jemandem da was zuzuschecken und zuzuspielen, die Information. Was ist denn für den Fall, dass jemand solche Informationen in die Hand bekommt, der was Böses dir möchte? Der steht dann vielleicht am nächsten Tag mit seinem Clan oder seiner Bagage oder sonst wem vor deiner Tür und wird sich deiner Vermögensmerte bemächtigen. Das sind Schreckensszenarien. Es geht niemandem irgendetwas an, wer was auf dem Portemonnaie, Cash zu Hause, in Gold angelegt, in Vermögenswerte wie Krypto, Aktienportfolio und Immobilien im Besitz hat. Das ist ganz einfach. Punkt. Und diese Informationen, die liegen ja auch eh schon vor. Das muss man sich immer vorstellen. Denkt doch mal dran, wir sind ja jetzt auch dazu genötigt worden. Das Ganze läuft ja aktuell noch. Warum auch? Das hängt ganz klar damit zusammen, meiner Meinung nach, dass wir die Situation haben, dass die Grundsteuer neu erhoben wird. Surprise, surprise. Zufälligerweise zur gleichen Zeit. Und alle Daten dazu über Häuser, Quadratmetergröße, Quadratmetergarten, Nutzfläche, ist das ein Einzelwohnhaus oder können mehrere Parteien drin wohnen, ist eine Ein-Diger-Wohnung drin oder Ähnliches und so weiter und so fort. All diese Punkte spielen ja hier mit einher. Bin ich felsenfest von überzeugt. Ich bin gespannt, wie ihr die Situation bewertet. Schreibt es gerne mal in die Kommentare rein. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten. Abo nicht vergessen und ciao.